Nina Bott ist schon längst verlobt. Bereits seit über zehn Jahren ist sie mit ihrem Partner Benjamin Barz zusammen. Nun kommt heraus, bereits vor acht Monaten stellt Benni der Schauspielerin die Frage aller Fragen. Das wollen sie eigentlich noch für sich behalten. Doch eine befreundete Redakteurin bringt Nina nun dazu, die Nachricht zu verkünden. Obwohl es anders abgesprochen ist, wird sie vor laufenden Kameras auf ihren Verlobungsring angesprochen. Im Netz macht die Moderatorin ihrem Ärger Luft. Eine enge Freundin wusste das. Ich habe sie gebeten, den Mund zu halten. Sie hat es nicht getan. Sie hat mich da quasi auflaufen lassen. Sie ist menschlich enttäuscht von ihrer Freundin und ärgert sich extrem über den Vorfall. Schließlich ist die Info noch total geheim. Das wussten sogar in meinem Freundeskreis einige noch nicht. Auch sehr enge Freunde. Familie zum Teil nicht. Da habe ich dann die Chance genutzt, am Freitag allen noch schnell Bescheid zu sagen. Damit sie es eben nicht aus dem Fernsehen erfahren. Trotz aller Enttäuschung ist die Sache inzwischen aber geklärt. Und Nina freut sich jetzt darauf, ihren Schatz bald zu heiraten.